Hallo liebe SWWE-Universum, heute mit Wrestlemania 25, wirklich schönes Event des Jahres, so schlecht war es jetzt wirklich nicht. Sieht von hinten aus. Ich habe das Ganze ohne dem Sonderbuch gekauft. Dann hier ist John Cena, wie er gerade im Big Show und Edge einen Double-FU verpasst. Dann hier ist Triple H gegen Randy Orton, die Triple H, Randy Orton einen Closeline verpasst. Hören wir mal rein, Disc 1. Hier ist gerade Hornswoggle, wie er mit einem Big Splash auf Shelton Benjamin Cain MVP springt. Das ist Mark Henry von Finlay, das war bei einem Money in the Bank Lama Match. Disc 2. Hier ist Jeff Hardy, wie er mit einem Big Splash auf Matt Hardy gesprengt, auf die zwei Tische. Hier ist die Tonne. Disc 3. Hier ist Undertaker, wie ihr gerade Shawn Michaels einen Flap Drop verpasst. Hier kommen wir zu den Matches. Hier kommen wir zu den Matches. No, no. The Biggest on DVD. Yes, no, ja. The Biggest Stars of the 90s. Royal Rumble 2009. The Best of Some Main Event. Armageddon 2008. The Edge DVD. Survivor Series 2008. Cain DVD. Kyber Sunday 2008. No Mercy. The History of the Intercontinental Champion Unforgiven 2008. Hell in a Cell. My Love DVD. SummerSlam 2008. The Great American Bash 2008. Okay, kommen wir zu den Matches. So, DVD won. Money in the Bank. Another Match. CM Punk vs. Kofi Kingston vs. MVP vs. Shelton Benjamin vs. Kane vs. Mark Henry vs. Finlay vs. Christian. Then DVD. Define 25 Dieben Battle Royale for the Miss Wrestling Media. Konnte sich letztendlich Santino Marella durchsetzen. Ja, wir sind mal wieder bei der Story von Santino Marella, die ich wirklich scheiße finde. Dann das 3 gegen 1 Handicap Match Roadie, Roadie Piper, Jim Superfly, Snooker und Ricky, Z-Dragon Standbot mit Naturboy, Ric Flair vs. Chris Jericho Dann haben wir ein Extreme Rules Match Jeff Hardy vs. Matt Hardy Das beste WrestleMania Match von WrestleMania 25 Dann haben wir ein Match von den Intercontinental Championship JBL vs. Roy Mysterio Das letzte Match von JBL und seitdem haben wir ihn nicht mehr gesehen Bis heute, bis kurz vor No Way Out 2011 werde ich mir auch bestellen Dann haben wir Undertaker vs. Sean Hackles Das war das 17 zu 0 für den Undertaker Dann haben wir ein Triple Threat Match vs. World Heavyweight Championship Edge vs. John Cena vs. Big Show Und DVD 2 Triple H vs. Randy Orton For the WWE Championship Dann haben wir noch ein Numberjack Match John Morrison und The Miz vs. Kalito und Primo für den ersten Uni5 Tag Team Champion Dann haben wir noch Wrestlemania Höherpunkte von 1 bis Wrestlemania 24 Hinten ist die Hall of Fame Ceremony Da contains Stone Cold Steve Austin Cowbable Watts, Ricky Zedragon, Steambot Hodie Flinkle, Diff1 Eris, Coco B-Ware, Cherry and Dory G.R Funk Okay, das war's mit Wrestlemania 24 Also so schlecht war's jetzt wirklich nicht Hat mir eigentlich gut gefallen Ich hab keine Ahnung warum manche sagen, dass Wrestlemania ein schlechtes PPV ist Fragt mich nicht wieso Naja, ist dir auch egal Hinten ist noch Remistero mit einem Big Splash auf JBL Okay, das war's dann für heute Tschüss, bis dann Okay, das war's dann für heute